Das ist die Megatec Kniebeugenmaschine. Wir haben hier die Möglichkeit Kniebeugen in verschiedenen Variationen durchzuführen und außerdem Waden heben. Die Maschine ist in der Plate-Loaded Ausführung, das heißt wir haben hier die Möglichkeit 50 oder 30 Millimeter Scheiben aufzulegen und das Besondere ist wir haben hier zusätzlich die Möglichkeit mit Widerstandsbändern zu trainieren. Wie das Training mit der Maschine aussieht, das seht ihr jetzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020